In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit dem Wandbearbeitungssystem PWR 180 CE von Bosch. Der PWR 180 CE zeichnet sich vor allem durch seine vielseitigen Anwendungen aus. Entfernen von Putz- und Kleberesten, Schleifen von Trockenbauwänden, Perforieren und Entfernen von Tapeten und Bearbeitung von Holzoberflächen sind nun mit nur einem Gerät möglich. Der PWR 180 CE kann platzsparend aufbewahrt werden und ist bei Bedarf nach wenigen Handgriffen schnell betriebsbereit. Der leistungsstarke Motor mit Konstantelektronik sorgt für eine dauerhaft hohe Abtragsleistung, die stufenlose Drehzahleinstellung für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Der Haltegriff ist einfach verstellbar, um immer eine angenehme Arbeitshaltung zu ermöglichen. Dank der abnehmbaren Vorderkante der Absaughaube ist ein randnahes Arbeiten möglich. Für staubarmes Arbeiten sorgt die integrierte Hochleistungsturbine sowie das beutellose Auffangsystem mit 3 Liter Staubbox, das den Feinstaub von Beton und Gips zuverlässig absorbiert. Die Feinstaubaufnahme des Luftfilters liegt bei bis zu 90%. Mit dem Easy-Clean-System ist der Luftfilter leicht zu reinigen. Ein dreimaliges Drehen reicht aus, um eine optimale Staubabsaugung zu erreichen. Der PWR 180 CE kann auch an einen Industriesauger der Klasse M angeschlossen werden. Für die verschiedenen Anwendungen sind am Drehzahlregler die passenden Drehzahlbereiche zu wählen. Mit dem Perforierer können mehrere Tapetenschichten perforiert werden. Die Perforationstiefe kann individuell eingestellt werden, um Wandbeschädigungen zu verhindern. Mit dem passenden Schleifpapier oder je nach Untergrund auch der Messing- oder Stahlbürste können Tapeten oder Tapetenreste einfach abgeschliffen werden. Mit dem passenden Schleifpapier lassen sich auch Verspachtelungen auf Gipskarton einfach glätten. Beim Bearbeiten von Gipskarton ist darauf zu achten, dass die Schutzoberfläche nicht verletzt werden darf. Je nach Untergrund kann man mit dem passenden Schleifpapier oder auch der Messing- oder Stahlbürste zudem Putzoberflächen abnehmen und glätten oder auch Teppich- und Fliesenkleberreste einfach und schnell entfernen. Der PWR 180 CE ist mit einem Wiederanlaufschutz ausgestattet, der unkontrolliertes Anlaufen des Motors nach einer Unterbrechung der Stromversorgung verhindert. Auch Holzschleifen, Holzstrukturen herausarbeiten und Steinoberflächen glätten kann man mit dem passenden Schleifpapier oder der Kunststoff-Messing- oder Stahlbürste. Das Polieren von Oberflächen ist mit dem entsprechenden Zubehör kein Problem. Gleichzeitig gehört auch Betonfräsen zu den vielen Einsatzmöglichkeiten des PWR 180 CE. Die einzelnen Bürsten der Kunststoff-Messing- oder Stahlbürsten können mit dem mitgelieferten Werkzeug einfach ausgewechselt werden. Und nun viel Spaß mit dem Wandbearbeitungssystem PWR 180 CE von Bosch.